Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zur neuen Folge. Willkommen zu einem neuen echten Fall, einem neuen echten Urteil, dem echten Leben, unseren echten Gedanken. Und am Ende der Sendung gibt es noch ein bisschen was zu lernen für uns alle. Ihr wisst, die ganze Folge und natürlich auch alle davor findet ihr als Video in der ARD Mediathek und auf YouTube. Und zum Hören gibt es uns auf allen Podcast-Channels und in der ARD Audiothek. Wollen wir loslegen? Würde ich sagen. Letztes Mal kam das echte Leben in der zweiten Staffel bei mir sehr, sehr nah. Diesmal ist es dir sehr, sehr nah gekommen. Hören wir uns das mal. Der Fall Am 21. September 2019 wird der Betreiber eines schreibbaren Ladens in Frankfurt mit drei Messerstichen getötet. Der ganze Stadtteil trauert um den 57-Jährigen, der wenige Tage nach der Tat erneut Vater geworden wäre. Nachbarn sammeln für seine Familie Geld. Kondolenzbücher liegen aus. Kunden und Freunde legen Blumen, Kerzen und Abschiedsbriefe vor seinem Geschäft ab. Schon kurz nach der Tat fasst die Polizei den mutmaßlichen Täter. Es ist ein 30-jähriger, psychisch schwerkranker Mann. Das Motiv lässt sich nicht klären. Im Prozess wird es später um seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie gehen. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für schuldunfähig, aber sehr gefährlich. Ja, wir hatten jetzt in den letzten Folgen ein paar Fälle, wo die Chronologie wichtiger war, glaube ich, als hier. Trotzdem würde ich Sie gerne am Anfang beibehalten im Sinne von erzähl mir erst mal ganz genau, weil du wirst es mitgekriegt haben. Ich habe gesagt, das war bei dir in der Nähe tatsächlich. Was ist da genau passiert? Das klingt auf den ersten Blick, das soll nicht respektiert klingen, aber das klingt jetzt nicht so spektakulär. Ja, das hätte ich direkt mitbekommen, wäre ich nicht gerade im Urlaub gewesen, sprich in New York. Und in New York habe ich auf einmal Nachrichten bekommen, hast du schon gehört, was passiert ist. Und mitgekriegt haben es sämtliche Nachbarn sofort, weil sofort Blumen etc. vor diesem Schreibwarenladen lag. Das heißt, der war sehr beliebt bei euch? Der war total beliebt. Das war halt so ein Mensch, der mit jedem Sprach babbelte, wie es es, glaube ich, besser beschreibt. Und das war halt einer, den hast du gesehen. Also mich hat er mal angesprochen, wollte wissen, wie ich heiße, wo ich hingehöre. Und er hat mir auch erklärt, es sei ihm wichtig zu wissen, wo die Leute hingehörten und so, weil wir seien ja schließlich hier Nachbarn. Und was dazu führt, man mag das nicht immer, was dazu führt, wenn du da vorbeiläufst, ich zum Beispiel, wenn ich vom Laufen komme und nicht ganz so lecker aussehe, weil ich geschwitzt bin, dass du dann halt auch immer angesprochen wirst. Ach, warst du wieder laufen? Ja, auf jeden Fall. Aber du hast es schon beschrieben, das scheint eine sehr integrierende Persönlichkeit in dem Stadtteil gewesen zu sein, den jeder kennt. Und das heißt, sowas macht dann natürlich auch eine große Welle. Aber ja, der war einfach beliebt. Auch bis zu dir nach New York. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, weil man hat so Bilder im Kopf von solchen Leuten, die man auch kennt. Ich kenne auch solche Leute und du hast es genau perfekt geschrieben. Trotzdem, erzähl mal, was da genau passiert ist. Wie ist dieser Tag abgelaufen? Der ist ja morgens nicht aufgestanden und hat gedacht, geil, heute Abend kommt irgendjemand. Nee, also der war in einem, ich würde mal sagen, erweiterten Kiosk. Ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt, wo es auch eine Theke drin gibt. Also wo du sozusagen rein kannst. Ja, und da haben sie halt getrunken und gebächert. Das waren ungefähr zehn Leute. Warum? Man saß halt die Nacht zusammen und trank. Ich habe irgendwie gedacht, er hätte Geburtstag gehabt. Nee, das war immer ein Gerücht. Okay. Das war, das ist halt sowas, ne? Das passiert halt, wenn du da so in der Nähe wohnst und die Leute darüber reden, dass sie sagen, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich. Der Mann wird in ein paar Tagen Vater. Die Frau ist hochschwanger. Die war wirklich hochschwanger. Also war wirklich nur noch wenige Tage bis zur Geburt. Und dann hat er auch noch Geburtstag gehabt. Aber nein, er hatte nicht Geburtstag. Ich habe ihm, ich habe ausdrücklich nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Er hatte nicht Geburtstag. Die saßen halt zusammen und haben ein bisschen gefeiert. Ganz ehrlich, auch wenn er nicht Geburtstag hatte, die Tragik, die du gerade beschrieben hast, ist ja schon trotzdem groß. Er ist diese Persönlichkeit. Sowas ist natürlich immer tragisch, aber dann wäre er noch Vater geworden. Das heißt, da will ich auch später nochmal dazu kommen. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die ich sowohl während dem Fall als auch die Tochter im Zuschauerraum nochmal aufstellen will, was das für Folgen dann danach hat. Bleiben wir aber dabei. Das heißt, die haben da gefeiert. So wie man das kennt. Das kennt man mittlerweile. Das hat sich in jeder Großstadt durchgesetzt. Es gibt Kioske, da sind die Getränke günstiger, da trinkst du halt mal. Das wird immer voller, bla, bla, bla. Also die Szenerie hat, glaube ich, jetzt jeder im Kopf. Ja. Sehr, sehr entspannt eigentlich. Ja. Na, es war offenbar nicht immer nur entspannt in dieser Nacht. Das war eine komplette Nacht. Das Ganze ist morgens früh um kurz vor acht passiert. Das ist kurz vor acht passiert, nachdem der... Ah, das heißt, die haben die ganze Nacht durchgesoffen und das ist während der After Hour passiert quasi. Ja. Okay. Also nur, dass wir es für unsere Chronologie im Kopf haben. Krass. Ja, das ist passiert, nachdem der Betreiber kam und gesagt hat, so, nun ist mal gut und jetzt geht mal nach Hause. So, das heißt, der Täter war auch Teil dieser Gruppe. Ja. Von diesen zehn Leuten, die einfach da getrunken haben. Und da hat er das Opfer auch mitgetrunken, also war das eine Gruppe. Ja. Und was ist denn innerhalb dieser Nacht passiert, wo du gesagt hast, da hätte sich vielleicht was schon was andeuten können? Also es hat sich wohl nichts angedeutet. Also wie man im Nachhinein weiß, aber letztlich ja auch nur vermutet ist, es hat... Es hat eine Frau dabei und es hat irgendwie Stress mit der Frau gegeben. Also der spätere Opfer soll irgendeine Auseinandersetzung mit dieser Frau gehabt haben. Aber wie gesagt, ich kenne ja dieses Opfer. Ich kann mir schon vorstellen, dass der einfach, der ist lebhaft gewesen, der hatte halt Temperament. Ich weiß nicht, ob das wirklich Streit war, ob das eine Auseinandersetzung war oder ob der, der hatte 2,5 Promille mindestens. Wer? Das Opfer, der andere nicht. Der andere hatte gar nichts. Du hast diese Frau angesprochen. Kann man überhaupt eine Connection herstellen? Was hat diese Frau mit dem Täter zu tun? Die saßen halt da und haben zusammen getrunken. Okay, das heißt... Meine nächste Frage ist, du hast gesagt, die haben da zusammengesessen, kannten Täter und Opfer sich vorher schon? Offenbar nicht. Das ist die große Frage. Also nach dem Ergebnis dieses Prozesses kannten sie sich nicht. Aber das Opfer hatte einen... Das heißt, du kanntest den Täter auch nicht? Nein. Das heißt, der war nicht Teil dieser Hut? Nein. Ich habe den noch nie gesehen, den Mann. Ich habe auch noch nie dessen Namen gehört. Und zwar wohnt der so grob in der Nähe, aber wirklich nur sehr grob. Nee, der gehört nicht dazu. Aber die Ehefrau und der Sohn haben sich als Nebenkläger in diesem Prozess vertreten lassen. Und im Plädoyer von dem Anwalt hieß es, es könnte sehr wohl einen Zusammenhang gegeben haben. Die Lebensgefährtin, also die seinerzeit Hochschwangere, die hat erzählt, dass ihr Freund ihr ein paar Tage vorher erzählt habe, er hätte da jemanden aus seinem Laden rausgeschmissen, der in die Kasse greifen wollte. Einen kleinen Portugiesen. Ganz ehrlich, das ist es, wenn du in der Nähe wohnst und nicht mehr ganz so unbeteiligt bist. Bei einem kleinen Portugiesen habe ich sofort an einen anderen Mann gedacht, aber nicht an den, weil tatsächlich läuft da immer so ein kleiner Portugiese in der Gegend rum. An den habe ich gedacht. Aber wir wissen weder, ob es wirklich so war, ob das passiert ist, ist nicht nachweisbar. Wir wissen, und schon gar nicht, ob es dieser Beschuldigte ist, ist ja kein Angeklagter, weil er psychisch krank ist und weil er nicht schuldfähig ist. Nicht spoilern. Aber das haben wir schon. Dass er nicht schuldfähig ist, haben wir schon. Das haben wir ja doch gesagt, dass die Staatsanwaltschaft das gesagt hat. Und dass die Staatsanwaltschaft hat keine Anklageschrift verfasst, sondern das nennt sich eine Antragsschrift im Sicherungsverfahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist schon von Anfang an davon ausgegangen, dass der Mann nicht schuldfähig ist. Und es ging der Staatsanwaltschaft nur darum, dass er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird, weil er gefährlich ist. Okay, trotzdem noch mal. Zurück zum kleinen Portugiesen. Ja, genau. Wie ist das denn gelaufen? Also die haben da getrunken und um halb acht, was ist dann passiert? Ja, und dann kam der Betreiber und hat gesagt, so reicht's mal, Feierabend. Ja, und dann sind die raus. Und dann ist der, das spätere Opfer ist raus oder wollte raus, direkt an der Türschwelle. Und dann war dann der Beschuldigte hinter ihm und hat ihn mit drei Messerstichten erstochen. Das heißt, einfach so? Einfach so. Das ist schwer zu fassen, ne? Das ist halt auch so, das ist tatsächlich schwer zu greifen, im Sinne von, das ist so unglaublich traurig und unnötig auch. Ja, so ist es auch. Das ist so eine Feierszene, die man selber im Kopf hat. Meine Güte, ich könnte mich auch um halb acht in eine Kiosk hinein. Hätte ich keinen Bock, sowas mitzukriegen. Und das hat ja nicht mal, wir haben ja nicht immer ein Motiv. Das ist ja das, was du gar nicht greifen kannst. Das ist ja, du hast das Gefühl, das passiert völlig willkürlich. Das ist ja, glaube ich, tatsächlich dann auch für die Hinterbliebenen unglaublich schwer zu greifen, im Sinne von, fast sogar noch schwerer. Natürlich ist das sowieso schwer. Ich versuche das jetzt nur innerhalb dieses Prozesses zu unterscheiden. als wenn du weißt, okay, da war ein Streit, der wurde überfallen. Dann hast du trotzdem einen Grund im Kopf, so scheiße, der wurde überfallen, aber ich weiß es. Hier hast du nichts, du kannst ja nichts greifen. Du könntest nicht mal diesen Typ schütteln, weil er es wahrscheinlich gar nicht rafft. So, was machst du? Und der sagt, weiß ich nicht. Also der ist jetzt scheinbar komplett in diesem Ding. Die Frage ist, hat da keiner geholfen, da waren noch zehn Leute. Also um jemanden dreimal zu stechen, das dauert auch ein bisschen. Also beim ersten Mal könnte er zurück. Nee, das muss ziemlich schnell gegangen sein. Naja, guck mal, wir sind in diesem engen Ausgang. Und da passiert das. Was will denn da noch jemand helfen? Da gibt es nichts mehr zu helfen. Eins, zwei. Würde mir schon reichen, um zu denken, ich weiß nicht, ich trete mal den Kopf. Damit sowas nicht mehr, weil das dritte Mal auch noch. Das war ja nicht nur eine Zack, fertig, sondern eins, zwei, drei. Das dauerte schon. Waren die vielleicht zu betrunken, um zu helfen alle? Weiß mal, hat keiner nachgefragt, was die Leute da drumherum gemacht haben. Doch, natürlich. Der muss ja auch ein Messer auspacken auch. Ja, das weiß aber keiner so richtig. Also offensichtlich ist das alles ganz schnell passiert. Die Frau hat sich dann, und es war dann, man hat das auf den Bildern gesehen, das war sofort eine wirklich riesige Blutlache von einem Quadratmeter. Auch der Polizist hat das geschildert, dass das schon echt heftig war. Und dass der, der hatte keine Chance mehr. Ich weiß nicht. Dieses Szenario macht mich ehrlich gesagt fertig, wenn ich da irgendwelche Bilder im Kopf habe, die du gerade noch ein bisschen deutlicher gezeichnet hast mit solchen Sachen. Die Frage ist trotzdem, wie wurde der dann gefasst? Also er hat das gemacht, ist dann dann weggerannt? Der ist dann weggerannt und ist zu seiner Mutter nach Hause. Und bei seiner Mutter zu Hause hat er seine Klamotten ausgezogen, hat sie in die Waschmaschine und hat dafür gesorgt, dass sie auch gewaschen werden. Und jetzt war es aber so. Das irritiert mich jetzt trotzdem. Wenn du, das ist ja trotzdem ein Impuls, den ich vielleicht als jemand, der nicht schizophren ist, vollziehen kann. Deswegen erzähle ich es. Das war auch ein großes Thema in diesem Prozess. Das war ein großes Thema in diesem Prozess. Ist er tatsächlich so krank und nicht steuerungsfähig gewesen zum Zeitpunkt dieser Tat, wenn er doch sowas macht? Also das hat der Anwalt der Familie auch gesagt. Ja, also es ist ja nicht nur das. Er flüchtet. Er schmeißt die Klamotten in die Wäsche. Er wird schließlich festgenommen, weil er, die haben ihn ganz schnell gefasst, weil der so eine ganz auffällige Tätowierung unter den Augen hatte. Und die Zeugen konnten alle beschreiben, wie er aussieht. Und dann ist er relativ kurz danach, also Stunden danach, ist er festgenommen worden, weil er erkannt worden ist an dieser auffälligen Tätowierung, die er im Gesicht... Das heißt, irgendjemand wusste dann, okay, der wohnt hier bei der Mutter, geht mal da hin. Oder bei seiner Mutter haben die dann da quasi den aufgegriffen? Also ich glaube, es war in der Nähe der Mutter. Das war ja alles da. Es war alles nicht weit vom Tatort entfernt. Und in der Wohnung der Mutter haben sie dann die Tatkleidung in der Waschmaschine gefunden. Dann haben sie ihm die Fotos gezeigt von dieser riesigen Blutlache. Da ist er zusammengebrochen. Aber er hat, um auf diesen Ausgangsgedanken, wie kann einer, wenn er doch schizophren ist, er hat sofort einen Anwalt gewollt. Also das hat er auch alles hingekriegt. Und er hat zunächst einmal nicht ausgesagt. Also was heißt zunächst einmal? Er hat fast die ganze Zeit, erst zum Schluss hin, hat er über seinen Anwalt was erklären lassen. Ja, er hat nicht geredet. Das war auch, ich darf doch nicht spoilern. Es war hinterher ein großes Thema. Es war ein großes Thema, ob jemand, der doch so bewusst solche Dinge macht, solche Dinge macht, ob der am Ende tatsächlich nicht schuldfähig ist. Und die Verteidigung zum Beispiel hat dazu gesagt, man kann sich nicht schuldunfähig machen. Man ist es oder man ist es nicht. Und der ist es nach dem Gutachten. Also nach dem Gutachten ist er das eindeutig, weil er schwer psychisch krank ist, weil er eben diese Schizophrenie hat. Da kommen da sicher im Detail noch mehr, noch weiter drauf. Bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz chronologisch bei der Familie, wo er dann ja dann hingerannt ist scheinbar. Wie ist das eigentlich für so eine Mutter? Weiß die das, der nicht ganz dicht ist? Wusste man das? Also war der auch vielleicht schon in Behandlung oder irgendwo mal? Ja, er war in Behandlung und er hat auch Medikamente genommen. Aber wieso häufig in den Fällen? Ich war schon öfter in so Fällen. Es gibt ja auch in diesen Fällen Beschuldigte, die dann reden, was unglaublich gruselig ist. Und zwar deshalb, weil die so, wenn sie dann in diesen Prozessen sind, sind sie ja bereits untergebracht in der Psychiatrie. Und dann werden die eingestellt mit Tabletten, die nehmen sie dann in der Regel auch. Und was mir an den allen auffällt ist, diese Medikamente machen ganz offensichtlich dick, die sind so aufgeschwemmt. Und die haben so was... Die sind wahrscheinlich ein bisschen matt. Ja, die sind, ja, die sind ein bisschen matt und die reden auch so. Das heißt, die beschreiben so völlig empathielos, was passiert ist. Ich war in einem Fall, da hat einer die Literaturkritikerin der Neuen Zürcher Zeitung erstochen, weil er Stimmen gehört hatte. Und diese Stimmen hatten ihm gesagt, das hat er genau beschreiben können, wie das war. Die Stimmen hatten ihm gesagt, dass er die jetzt, also es war irgendwie Geheimdienst oder so, dass er diese Frau umbringen muss und dass es wichtig ist, dass dieser Mord ihm gelingt. Den muss er gut machen, sonst besteht da diese Prüfung nicht. Das war ganz furchtbar. Aber dieser Mann hat das in einer... Der war total intelligent oder zumindest wortgewandt, wie der das beschrieben hat. Hier, der hat nicht geredet, da kann ich das nicht sagen. Okay, ach so, gut. Aber ich war schon häufiger in so Fällen, wo die dann unter Medikamenten stehen und wo sie so ein bisschen sediert sind, aber trotzdem, das Gehirn scheint ja da zu sein. Und dann beschreiben die, wie das ist, wenn diese Stimmen kommen und was diese Stimmen ihnen sagen. Und alle sagen dasselbe, und das scheint hier auch der Fall zu sein. Alle sagen, ja, irgendwann haben sie dann halt aufgehört, die Tabletten zu nehmen. Wenn sie ihre Tabletten nehmen, ist alles gut. Und in diesem Fall war auch die ehemalige Freundin von ihm als Zeugin da. Und bei der hat er noch lange gewohnt. Und vor allen Dingen war er am Abend vor der Tat bei ihr zu Hause. Und die hat es auch gesagt. Die hat aber auch in einer so seltsamen, teilnahmslosen Art berichtet. Ja, er hätte ihr von Anfang an gesagt, es sei schizophren. Und ja, er würde auch Tabletten nehmen und sie konnte sogar auch die Namen dieses Medikaments nennen. Also die müssen da schon sich irgendwie ausgetauscht haben. Aber ob er die regelmäßig genommen habe, das wisse sie nicht. Und gleichzeitig hat sie berichtet, wie er am Abend vorher erzählt hat, dass er bedroht würde von so Snipern. Sag uns mal, du guckst Serien. Was sind Sniper? Sniper sind irgendwelche Ferngewehrschützen. Achso, Heckenschützen. Genau, die sitzen auf dem Dach und snipern dich quasi. Ja, die... Mir fällt der deutsche Begriff tatsächlich nicht mehr, weil sich dieses Sniper so in meinen Kopf gebrannt hat. Ja, also ich habe es nachgeguckt, weil ich wusste es nicht genau. Und er habe als Übersetzung... Die erschießen dich von sehr weit weg. Genau, Schafschützen, genau, das war das Wort. Ist es das? Ja. Also, der hat da irgendwelche Sniper gesehen, die es auf ihn abgesehen hatten am Abend vorher. Also das berichtet alles diese Freundin. Und sie sagt, jo, anfangs hätte er regelmäßig Tabletten genommen, aber sie wisse nicht, ob er sie weiterhin genommen hat. Und gleichzeitig sagt sie, dass er aggressiv geworden ist, dass er sich verändert hat. Aber das ist auch so schrecklich. Keiner tut was. Den Gedanken, den ich hatte, der scheint auch im Prozess präsent gewesen zu sein. Weil wir haben hier einen Ton von einem Anwalt, von dem Angeklagten oder Beschuldigten, habe ich gelernt, der das mal ein bisschen aufdröselt, wie das ist mit dem Eingreifen. Es ist so, dass bei mir sich nach der Hauptverhandlung hier der Eindruck verdichtet hat, dass sich das Krankheitsbild zum Ende hin deutlich verschlimmert hat. In dem Moment, in dem man das erkennt, hat man natürlich die Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Und dann ist die Frage, inwieweit auch der Kranken für diese Hilfe, die andere für ihn suchen, auch zugänglich ist. Ich kann das nicht beantworten, ob sich hier eine konkrete Möglichkeit gegeben hätte einzugreifen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Und natürlich wäre es wünschenswert gewesen, wenn früher im Umfeld auch des Täters man ernsthafter darüber nachgedacht hätte, ob man vielleicht auch mit Zwangsmitteln ihn hätte bewahren können vor dem, was dann geschehen ist. Ganz tragische Geschichte, die aber nicht so selten ist. Denn meistens passieren Dinge und erst dann schaut alle Welt darauf, was geschehen ist. Und das ist genau mein Impuls auch gewesen, zu sagen, okay, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wann greife ich ein und mache Wende Zwangsmittel ein. Weil die hatte ich auch im Kopf, zu sagen, wie kann es sein, dass der überhaupt frei ist. Wir haben aber jetzt vom Umfeld hier, hat der Anwalt gesprochen, da gehört ja nicht nur die Freundin dazu, sondern auch die Mutter, oder nicht? Er ist ja ja gerannt, die muss ja geduldet haben, dass der seine blutige Wäsche dort wäscht schnell. Ja, und die Freundin hat auch erzählt, dass er ihr kurz vorher gesagt hatte, dass er sich mit der Mutter wieder so gut verstehen würde und dass sie sich darüber gefreut hätte. Und die Freundin hat auch, also Ex-Freundin hat auch erzählt, dass sowohl die Mutter als auch sie ihm immer gesagt haben, dass er Hilfe brauche, aber er hätte es nicht eingesehen. Also es hat ein Bewusstsein dafür gegeben. Es war wohl so, dass die Mutter sich tatsächlich sogar an Behörden, ich weiß aber nicht welche, gewandt hat. Ich sage gleich, warum ich es nicht weiß, angewandt hat. Also die Mutter hat wohl schon gesagt, hallo, hallo, Hilfe, da kann, da stimmt offensichtlich was nicht. Und vor allen Dingen hat die Mutter wohl auch, die muss wohl auch relativ deutlich gesagt haben, der tut sonst irgendwann jemandem was an. Und es gab aber keine Hilfe. Ich kann es nur so wiedergeben, weil es immer nur am Rande in diesem Prozess erwähnt worden ist. Deshalb, weil die Mutter von ihrem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat. Die hat nicht ausgesagt. Ärgerlich. Die Mutter hat nichts gesagt, er hat nichts gesagt. Die Ex-Freundin hat diese Sachen gesagt, die du schon gesagt hast. Jetzt kann ich eine ganz kurze Exkursfrage einstreuen, die mir bei diesem Prozess auch gekommen ist. Beziehungsweise nicht bei dem Prozess, sondern bei diesem ganzen Fall und den Gedanken, die ich da drum hatte. Der Typ war ja scheinbar beim Arzt. Sonst kriegt er die Tabletten ja nicht. Die sind ja hoffentlich verschreibungspflichtig. Wenn ich jetzt ein Arzt bin und der Typ ist bei mir in Behandlung, kann mir als Arzt was passieren, wenn ich die Lage falsch eingeschätzt habe. Also der muss ja irgendwo sich vorgestellt haben, damit er sagt, hier, du kriegst die Tabletten, weil du bist schizophren. Dann mache ich ja eine Alarmese oder wie das heißt und sage, okay, der Typ ist so und so. Wenn ich als Arzt falsch einschätze, der Typ läuft wegen mir frei draußen rum, weil ich nichts gemacht habe als Arzt. Kann ich da Probleme kriegen oder kann der Arzt sagen, ja Leute, ich kann nur das behandeln und die Leute müssen selber mitmachen? Naja, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, gerade in dem Fall. Weil, also gehen wir mal davon aus, dass er vom Arzt diese Tabletten bekommen hat. Dann, und es waren ja offensichtlich nicht ganz, die waren ja offensichtlich nicht komplett falsch. Also das hätte uns der Gutachter ja in diesem Prozess gesagt, wenn er falsch behandelt worden wäre. Nee, man kann ja den Arzt nicht dafür verantwortlich machen. Der hat ja reagiert. Es ist ja nicht so, dass der Arzt gesagt hat, alles okay und tschüss. Und das sind ja auch immer so schwierige Prognosen. Woran hätte der Arzt denn erkennen müssen, dass sowas passiert? Dass die Mutter sowas äußert. Jetzt wissen wir aber nicht genau, dafür müssten wir doch ganz genau wissen, was hat die Mutter zu wem und wann gesagt? Und was ist daraufhin passiert? Also das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Das wurde nicht, aber das beantwortet ja meine Frage, wenn das überhaupt gar nicht untersucht wurde, ist es wahrscheinlich auch nicht relevant. Tja, das ist nicht relevant, oder? Die Sache war, ich meine, das hat man ehrlich gesagt schon auch manchmal in Prozessen, dass wir Außenstehende denken, also da könnte man doch vielleicht nochmal nachfragen. Ja, das ist doch wichtig. Das war gar nicht jetzt meine Intention. Es ging für mich tatsächlich um gesetzliche Sachen. Ob das festgelegt ist, zu sagen, wenn sowas passiert, wird auf jeden Fall safe geprüft, wer war für diesen Typen verantwortlich, bei wem ist er vorstellig geworden und gibt es dann Verantwortung. Weil wir hatten das doch mal, als wir über die Dame gesprochen haben, die beim Kaiserschnitt ums Leben gekommen ist. Ja. Da ging diese Verantwortung auch ständig in andere Bereiche über. Zu dem und dem Zeitpunkt war es die Anästhesistin, danach war es die und die und die. Das heißt, das ist ja hier aber nicht so. Nee, weil es doch hier gar nicht darum geht, dass die da dran schuld sind, dass der genau an dem Abend das gemacht hat. Es scheint doch so zu sein, dass er, ja, aber er hat ja offensichtlich diese Tabletten nicht mehr genommen. Obwohl er sie, als die Polizei ihn festgenommen hatte, da hat er sie bei sich gehabt. Jetzt bin ich keine Ärztin. Ich kann nicht sagen, also ich weiß, was das war, weil der Name immer dieses Medikaments genannt wurde. Willst du das nicht hier sagen? Das haben wir jetzt schon 30 Mal drum beschrieben. Wie heißt das? Tavor oder Tavor. Ich weiß nicht, wie man es betont. Ich weiß deshalb nicht, wie man es betont, weil ich mal korrigiert worden bin und das heiße Tavor oder Tavor. Keine Ahnung. Also so irgendwie. Und das ist ein starkes Beruhigungsmittel offensichtlich mit dem auch, das ist jetzt aber hier Wikipedia-Wissen. Ich bin keine Ärztin. Bevor es Kritik gibt, dass ich das falsch erkläre. Also das ist irgendwie ein starkes Beruhigungsmittel, das wohl auch bei Angstpatienten verwendet wird. Ich kenne das von Krebspatienten, denen das gegeben wird im Endstadium. Da ist es mir leider im privaten Bereich gerade kürzlich begegnet. Also ob das jetzt das richtige Medikament war, ob es das einzige war, was er genommen hat, ich weiß es nicht. Versuchen wir mal in den Gerichtssaal zurückzukehren. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Staatsanwaltschaft von vornherein ausgeschlossen hat, hier eine Anklage zu erheben? Was haben die stattdessen gemacht? Wie heißt das nochmal? Antragsschrift im Sicherungsverfahren. Genau. Also das heißt, ich beantrage, dass der Typ untergebracht wird. Genau, aber wie kam es dazu, dass die nicht gewartet haben, dass sich das im Prozess rausstellt, sondern dass das von vornherein klar war? Weil der ganz offensichtlich von vornherein schon in irgendeiner Form so auffällig war, dass die einen Gutachter hinzugezogen haben. Vorher dann schon. Ja, das ist häufig so. Die kommen dann ins Gefängnis und im Gefängnis stellt man fest, oh, 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 mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. So, und dann stellt die Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsantrag. Dann kommt wieder ein Richter und muss das prüfen. Und dann werden die Leute eigentlich immer vom Ermittlungsrichter dann eben in der Forensik untergebracht, also sozusagen in einem psychiatrischen Gefängnis. Direkt schon. So würde ich das übersetzen, ja. Da verbringen die direkt schon auch ihre Uhr aus und alles mögliche, bis zum Prozess dann. Ja, ja. Das hat ja hier dann verhältnismäßig gar nicht so lange gedauert, bis das angefangen hat dann, oder? Nee, das ging relativ schnell. Das ging relativ flugs, so, wenn ich das vergleiche mit unseren anderen Fällen. Der war klar, der Fall. Der war klar. Meine Frage ist, was so einen Prozess betrifft, inwieweit kann die Staatsanwaltschaft durch so einen Antrag denn eine Mindestaufenthaltsdauer erwirken? Oder könnte der theoretisch übernächste Woche rauskommen? Ja, theoretisch. Also wirklich nur rechtstheoretisch? Sehr theoretisch könnte er übernächste Woche rauskommen. Wenn übernächste Woche jemand sagt, ah, der ist geheilt, der ist nicht beschizophren und vor allen Dingen haben wir, das ist jetzt, so schnell gehen die Gutachten nicht. Vor allen Dingen haben wir jetzt Gutachten darüber, dass er nicht mehr gefährlich ist. Es geht ja darum, deswegen Sicherungsverfahren, weil es geht darum, den zu sichern, damit der Gesellschaft nichts passiert. Sicherheit für die Gesellschaft herstellen. Gut, aber das heißt, der weiß keinen Zeitraum. Nein. Das heißt, im Endeffekt geht der jetzt eigentlich in eine Therapie. Und theoretisch gesehen ist das Ende dieser Haftstrafe, in Anführungszeichen, setze ich es extra, dann, wenn er gesund ist. Ja, und die Chance ist denkbar gering. Nur ein Drittel dieser Menschen, die diese Form von Schizophrenie haben, hat der Gutachter gesagt, haben überhaupt die Chance, dass sich das zurückbildet und dass sie irgendwann nicht mehr so gefährlich sind und rauskommen. Also die Chance, dass der wieder rauskommt, ist denkbar gering. Und das ist so schwierig vermittelbar. Ich habe das in diesem Prozess ganz, ganz stark erlebt. Da war, wir haben es ja am Anfang erzählt, der Typ, das Opfer war sehr, das Opfer war sehr, sehr beliebt. Und trotz Corona war der Zuschauerraum so voll, wie er im Moment voll sein kann. Da sehe ich so furchtbar viele Menschen, es sind maximal zehn, die da reingehen, schätze ich mal. Und es waren, die Mutter seiner Lebensgefährtin war regelmäßig da und, also der Lebensgefährtin des Opfers. Und es waren Freunde da. Und die sind sehr mitgegangen in diesem Prozess, so will ich das mal vorsichtig formulieren. Also die haben unaufhörlich mit dem Kopf geschüttelt, haben gestöhnt, nicht nur als die Bilder gezeigt worden sind. Ja gut, das verstanden. Ja, nee, ganz ehrlich, ich gucke da weg. Muss ich das wirklich sehen? Muss ich diese Blutlache sehen, um dieses Grauen zu ermessen? Das weiß ich doch auch so. Also, vielleicht bin ich da ein bisschen unbadenherzig, mir fehlt da so ein bisschen das Mitleid. Ich glaube, du darfst nicht vergessen, dass das, was du öfters machst, machen die halt zum ersten Mal und die sind dann halt auch beteiligt. Die sind extrem beteiligt. Ich weiß safe nicht, wie ich mich da verhalten würde, gar nicht. Ja, die sind, nur wir waren doch schon im Gerichtssaal, ging doch immer gut. Wenn ich, Kumpel von mir, aber wir waren nicht bei einem Prozess, wo mein Kumpel von irgendeinem Verrückten erstochen wurde. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das aushalten würde. Also ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen ein Problem damit. Das ist mir zu viel Gerichtsshow dann. Das ist, aus gutem Grund haben die Emotionen ein bisschen, müssen die ein bisschen zurückgestellt werden. Der Gerichtssaal ist nicht der richtige Ort dafür. Das ist kein Therapieort. Das wird oft verwechselt. Ich verstehe, dass Angehörige, dass das für die ganz schwer ist, hier von einer Tragödie zu sprechen und von, und sowas. Und so war es dann auch. Als der verurteilt worden ist und als er rausgebracht worden ist, haben sie die Chance genutzt und haben ihm auf den Gang hinterher gebrüllt, du Mörder. Und andere unfreundliche Dinge. Boah, das ist wieder ein perfekter Zeitpunkt, um meinen Lieblingsbruch Ambivalenz aushalten, hier reinzubasteln, weil ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann dich verstehen, weil was du sagst stimmt. Ich kann aber auch verstehen, wenn einer dann gerade nicht rafft, dass es stimmt, was du sagst. Weil, keine Ahnung, da will ich mich, da bin ich ja, wie gesagt, oft in der Position, dass ich mich hier zurücklehnen kann und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht in der Position, dass ich das bewerten muss oder kann oder darf. Ich habe, du hast was Interessantes angesprochen, weil wir sind so ein bisschen, haben wir probiert, dazu wieder so Rationalität reinzubringen, die wir hier oft haben, die auch oft ein bisschen kalt wirkt. Aber ich finde es nämlich sehr interessant, weil der Anwalt hat sich nämlich auch dazu geäußert, du hast von einer Tragödie gesprochen. Wie oft prozentual solche Tragödien in Mordfällen eingemein auftauchten? Aber wir wissen auch, dass unter den Tötungsdelikten wir eine Häufung von Tätern haben, die schizophren erkrankt sind. Da geht man davon aus, dass es etwa 10 Prozent der Täter sind. Daran erkennt man ja, dass wir da einen Krankheitszusammenhang auch statistisch feststellen können. Und das ist eine ganz tragische Situation für alle Beteiligten. Auch für die Familie im Übrigen, aus der der Täter stammt, die auch durch dieses Ereignis, durch das Herausreißen des Sohnes in dem Fall, natürlich auch vollkommen aufgelöst ist und hilflos auch ist. Das beschreibt es ganz gut, finde ich. Das ist eine Lose-Lose-Lose-Lose-Lose-Situation. Wir haben ja oft, haben wir die Sache, okay, der eine hat den anderen umgebracht, um zumindest irgendeinen Trieb, keine Ahnung, Eifersucht, wollte irgendwas machen. Aber zumindest für den Moment hat er das Gefühl gehabt, er hat ein Gain aus dieser Tat. Hier in diesen Fällen hat niemand was von irgendwas. Der Typ hat nichts gespült, weil er kriegt fast die Hälfte nicht mit scheinbar. Der ist auf irgendeinem Tabletten. Der Typ ist weg. Also das hier ist eine komplette, das ist tatsächlich eine Tragödie. Das ist die Definition einer Tragödie, weil es für niemanden irgendwas bringt. Und wir haben es ja gehört, das finde ich eine sehr hohe Zahl, das hätte ich nicht gedacht. Dass in zehn Prozent aller Mautfälle diese Krankheit eine Rolle spielt, ist schon krass, finde ich. Den ersten Fall, den ich ehrlich gesagt im Kopf habe, ist, als jemand hier in Frankfurt am Hauptbahnhof vor eine Bahn geschubst wurde. Als dieser auch offensichtlich psychisch schwerkranke Mensch den Jungen einfach vor den Zug gestoßen hat. Aber weißt du, wir werden diesen Fall garantiert irgendwann in Staffel, ich weiß nicht wie viel. Ich hoffe, sehr viele. Ja, ich auch. Und freie sich zu. Da werden wir diesen Fall garantiert hier in einer Folge haben. Und das ist ein Prozess, vor dem habe ich Angst. Vor diesem Prozess habe ich Angst, weil der, erinnere dich an diese Bilder am Hauptbahnhof, wo so unglaublich viele Menschen getrauert haben mit dieser Familie, was man ja verstehen kann. Ja, aber auch da haben wir es mit einem Kranken zu tun, der nicht wusste, was er tat. Boah, also da würde ich auch ungern das dann halt, ich würde das ungern jetzt machen, sondern gerne das verschieben, dann wenn es in welcher Staffel auch immer auftaucht. Weil da spielen ja noch ganz andere Sachen eine Rolle im Sinne von, da wird diese Tat ja für andere Zwecke missbraucht. Wir verschieben, ich sage nur, in dem Urteil hat der Richter genau diesen, der Vorsitzende Richter genau diesen Fall auch genannt. und hat dazu noch gesagt, so ein Schizophrener ist eine tickende Zeitbombe, ein krankhafter Schläfer. Das beschreibt es halt ganz gut und da muss man dann in der Lage sein, auch wenn es sehr, sehr schwer ist, das halt rauszurechnen im Sinne von, dass du halt keine, du darfst hier nicht einfach Motive unterstellen. Das hat er auch gesagt. Das war einfach ein Zufall, dass es diesen Mann erwischt hat. Es gab keine deutlichen Vorboten. Warum er da reingegangen ist, hat er auch gesagt. Das wissen wir nicht. Keiner weiß das genau. Vielleicht eher, vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nicht mal er. Wenn wir noch im Gericht sein, was mich noch interessiert, was ich vorhin schon mal angerissen habe mit einer Frage. Die Leute, die da haben, da waren ja Leute dabei. Das heißt, hier sind ja mit Sicherheit nicht nur er befragt worden, er hat verweigert, die Mutter hat verweigert, die Freundin und Ex-Freundin hat was gesagt. Da werden ja noch andere. Da waren ja viele Leute dabei. Wurden die auch geladen? Was war das überhaupt für eine Szenerie? Ja, also es waren alle, die in dieser Kiosk-Nacht dabei waren. Also einige von denen waren da und haben ausgesagt. Es hat sehr ausführlich, das fand ich eine interessante Aussage eigentlich, der Polizist ausgesagt, der da war und der dann auch nochmal alles so beschrieben hat, wie sie da so waren und dass diese Frau so verzweifelt war und sich die Schuld gegeben hat, weil die halt diese Auseinandersetzung hatte. Aber es ist dumm, das muss man dieser Frau auch sagen, es bleibt einfach nur eine Vermutung, ob das das Motiv war. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, denn die Freundin hat doch erzählt, dass er am Abend vorher diese Stimmen gehört hat und dass diese Sniper auf ihn gezielt haben. Und der sitzt da, der sitzt da stundenlang. Die ganze Nacht hockt er da, der redet kein Wort. Keiner konnte sagen, was der für eine Stimme hat. Der hat nicht gesprochen. Der saß halt da. Da sitzt halt so ein komischer Kerl und trinkt Mirinda, während alle sich da die Kante geben. Und dann passiert das. Ja, ich denke auch, dass die Leute sich davon freimachen müssen. Also, weil wir haben es gesagt, das ist eine Tragödie, du hast eine Ticken Zeitbombe. Der Richter hat das finde ich dann sehr, sehr gut beschrieben, weil das einen das zumindest in Ansätzen aushalten lässt, weil du sagst, es ist halt einfach Pech. Ja, es gibt aber halt, das kann man, finde ich, in diesen Prozessen so erleben, das verstehe ich ja auch. Es gibt ja diese, wir wollen es wissen und wir wollen es verstehen. Ja, klar. Ja, und da kann man es aber nicht verstehen. Und es hat zwei Wochen vorher einen ähnlichen Vorfall gegeben, der da auch mit behandelt wurde, nämlich eine Kopfnuss. Da hat er einem eine Kopfnuss gegeben und angeblich hat er da auch mit dem Messer rumgefuchtelt. Es waren noch irgendwelche interessanten Zeugen dort. Ich kann mich sagen... Das ist der. Das ist der? Das ist der. Was? Das ist dieser Zeuge. Wir haben uns natürlich vor dem Prozess mal kurz darüber unterhalten, weil ich dem Basti erzählt habe, ich sitze da, da ist Pause, ich sehe die Beine eines Mannes und denke, oh, die Beine habe ich in meinem Leben schon mal gesehen und mir fällt auf. Das ist ein Typ, der mich mal im Feld beim Joggen angequatscht hat und mit dem ich ins Gespräch gekommen war. Vorher. Das heißt, das Leben, dieser Platte-Spruch, die Welt ist klein, hat hier wieder zugeschlagen. Das ist unglaublich, oder? Das heißt, du hast ihn vorher beim Joggen im Feld... Ich kenne das Opfer, ich kenne die Örtlichkeiten, wo das alles passiert ist. Und in einer anderen Lebensebene hat dieser Typ dich angesprochen und du konntest das gar nicht zuordnen. Das heißt, du hast den Damen im Feld gar nicht mit dem Kiosk in Verbindung gebracht. Nein, im ganzen Leben nicht. Und auf einmal begegnet der mir wieder im Gerichtssaal. Das sind diese Momente, wo ich so gut verstehen kann, warum die Justiz dafür sorgt, dass Menschen, die mit irgendwas, irgendwie was zu tun haben, sich bitte für Befangen erklären, weil die natürlich auch so ein Bild von jemandem haben. So ein Bild hat das so von ihm, das interessiert mich jetzt. Das klingt für mich auf den ersten Moment auch ein bisschen merkwürdig so. Der hat mich mal im Feld angesprochen. Ah ja. Wenn ich im Feld joggen bin, dann will ich nicht angesprochen werden. Nein, aber wenn du einen Hund dabei hast, dann kommst du nicht immer da drumherum. Ach klar, der Hunde-Opener. Sehr, sehr beliebtes Dating-Tool auch, glaube ich. Ja, ich mag es aber nicht. Ja, klar, ich verstehe. In dem Fall war es aber ganz spannend, weil ich dann mal so gespürt habe, wie das so ist, wenn man jemanden dann in einem ganz anderen Zusammenhang wieder trifft. Also, dieser Mann habe ich gelernt in diesem Prozess, und das ist jetzt meine Wertung, das ist so eine Art Hilfssheriff. Es passt ein bisschen zu dem kurzen Gespräch, das wir miteinander führten, wo er mir anbot, mir die Welt zu erklären. Ah, so einer. Mhm. Ah. Ich kann Ihnen das mal erklären, Frau Wolfgang. Nein, der weiß nicht, wer ich bin. Okay, sorry. Der hat mich Gott sei Dank, glaube ich, auch nicht erkannt, aber das mag damit zusammenhängen, dass das ist natürlich nicht so schön, als Zeuge da zu sitzen und dann in so einem Prozess. Und ich glaube auch nicht, wenn man so ein bisschen so ist wie der. Also, dieser Mensch hatte eine Begegnung mit dem, ja, Beschuldigten. Ja, er hat ihm eine Kopfnuss gegeben. Zwei Wochen vorher, ja. Da waren sie, ähm, ach, also, offensichtlich hat hier meine Feldbekanntschaft den angerempelt, so hat er das erzählt, dem Beschuldigten, und hat sich bei dem entschuldigt. Oder wie er sagt, er wollte sich entschuldigen, und da seid ihr sofort ausgerastet. Und dann hätte er die Feldbekanntschaft gesagt, hör mal, Bruder, beruhig dich. Und der andere hätte gesagt, du bist nicht mein Bruder, ich stich dich ab. Und dann hat er das böse Wort hintendran gesagt, was ich ja nicht sage. Hurensohn. Ich glaube, es war es. So. So, und dann? Ja, lass uns das trotzdem nicht mehr aufmachen, im Sinne von, ob man das jetzt hätte dann ahnen können. Weil das ist für mich... Aber das ist, aber das Problem ist, dass der das sehr ausgeweitet hat in diesem Prozess, ja. Also, der hat den verfolgt, und hat ihn dann auch irgendwie gestellt, und hat gesagt, und da hätte man doch, und hätte man doch, und hätte man doch, wenn man das 14 Tage vorher... Das hat hier meine Feldbekanntschaft gesagt. Ja, sorry, aber da gehe ich nicht mit. Und, naja, aber das Publikum fand, er hatte recht. Nee, finde ich nicht. Es vergisst dabei, dass wir einen Mitarbeiter aus dem Supermarkt haben, wo das da vor der Tür passiert ist, dass der gesagt hat, oh Gott, der war doch total verschreckt, das war ein völlig verängstigter Typ, hier der Beschuldigte, ja. Und der andere hat da eine riesen Nummer gemacht. Selbst wenn er nicht verschreckt wäre, du kannst doch nicht wegen jeder Rempel-Kopfnuss-Schlägerei sagen, hier, ihr müsst mal gucken, der bringt in zwei Wochen niemanden um. Wenn wir so anfangen zu leben, das würde wenig Sinn machen. Und wir haben vorhin den Anwalt gehört, und der hat das ja gesagt, hinterher, da weiß ich's. Und so eben, das ist so das genau Ding, das ist wie Fußball, so, ich hätte es gleich gewusst, dass man das und das machen muss, ja klar, ich hätte es gewusst, deswegen arbeitest du aber nicht in diesem Verein. Naja, gehöre ich ja manchmal selber dazu. Ich habe jetzt meine Lieblingsfrage auf meinem Zettel stehen. Ist irgendwas durch meine Frage nicht rausgekommen, was du gerne besprechen würdest? Ja, weil ich sehe es hier gerade auf meinem Zettel. Zettel, Zettel, ja. Das fand ich nämlich sehr interessant, diese Bilder sind eben, ich kann es nicht interpretieren, aber ich fand es trotzdem interessant. Das Zimmer von ihm bei der Mutter ist gezeigt worden, das sind Fotos von gezeigt worden. Das hatte vollkommen vollgekritzelte Wände. Du warst vielleicht ein braver Schüler, ich war keine brave Schülerin. Ich habe meine Schulbank auch immer ein bisschen angemalt. Ich habe meine Hefte immer angemalt, damit es nicht... Ja siehst du, du warst ein braver Schüler. Damit keiner zu... Ich habe die Schulbank angemalt, also den Tisch und ungefähr so sah das aus. Und es stand da jetzt nicht eins zu eins, das was bei dem an der Wand stand, aber ganz komische Zusammenstellung. Also so viel zum Thema ist dir irgendwie aufgefallen. High Moon, Money Away, Saturn, Paradies, Mond und weiter. Und dann steht aber da auch, der Herr ist mein Hirte. Das ist der 23. Psalm. Komisch, oder? Thema Region bin ich komplett raus. Ja, macht nichts, muss man auch nicht sagen. Nein, ich sage es nur so, aber ein Anarchiezeichen war auch da, ein Herz mit Pfeil, Raketen. Es stand auch No-Go-Area oder Hate Boy meets Love Boy. Das ist schon auffällig, oder? Weiß ich jetzt nicht. Nein? Ich weiß nicht. Hast du eine angekritzelte Wand? Nee, aber würde ich jetzt, wenn ich in eine Wohnung kommen würde, wo jemand an eine krissele Wand haben, denken, oh, der Stich bestimmt gleich in den Fußbesitz hat? Nein, das nicht. Das nicht. Aber ich würde natürlich denken, ui, was ist denn mit dem los? Das nicht. Klar, aber wir haben doch immer Mittelstufen. Ich kann doch nicht, ganz ehrlich, wenn ich jedem meiner Kumpels, der nicht ganz dicht ist, unterstellen würde, dass er am Ende des Tages sowas macht, dann wäre ich sehr groß beschäftigt. Jeder hat doch irgendwas, wo man sagt, Gott, das Typ ist nicht gut. Wahrscheinlich denken die Leute, dass sie über mich hier auch, liebe Grüße an unsere E-Mail-Fraktion. Du hast aber kein Wahngebilde im Kopf. Ich glaube, das ist das Problem. Also jedenfalls nicht so eins. Das ist kein Problem, das ist gut. Also, ich will keins haben. Nein, aber ich meinte tatsächlich nur, dass, mir reicht das nicht. So diese Kopfnuss und dieses Zimmer. Das könnte tatsächlich, diese Kopfnuss und dieses Zimmer könnte tatsächlich auch eine Story aus einem Jugendprozess sein. Meine Güte, so. Der ist halt ein Trouble-mäßig ein bisschen. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir denken müssen, das ist eine Tickle Zeitbeheuer. Nein, aber wir haben die Mutter, die sagt, Achtung, Achtung. Wir wissen halt blöderweise nicht, wem sie es gesagt hat. Vielleicht hat es das auch nur der Freundin erzählt oder so, das wissen wir halt nicht so genau. Und wir haben, ehrlich gesagt, diese Freundin hat mich so beschäftigt, die ich, also eine so stoische, teilnahmslos wirkte Person. Ich weiß ja nicht, ob sie wirklich so ist. Manchmal wirkt jemand so. Wenn die mit so jemandem zusammen ist, ist vielleicht der Weg nicht weit, dass sie vielleicht auch nicht ganz in der Spur ist. Du, die arbeitet bei der Justiz und ehrlich gesagt, seitdem fällt die mir auf. Also nur, weil ich sie da gesehen habe, fällt sie mir auf. Und immer, wenn ich sie sehe, gucke ich nach dieser Frau. Das ist ja für sie natürlich auch nicht so ideal. Das ist ein sehr großer Interessenskonflikt. Justiz und dann so jemanden. Keiner nicht, ich will es gar nicht bewerten. Bevor er bei ihr, da waren sie noch, also bevor er da loszog, da sitzen sie da auf dem Dach. Da tanzt er, so hat sie es erzählt, fuchtelt mit dem Messer beim Tanzen rum. Ja, natürlich muss man nicht auf die Idee kommen, dass er dieses Messer jetzt nimmt, um, weiß ich was, 12 Stunden später. Aber vielleicht sollte er keins haben. Also das würde ich schon sagen, zu sagen, so, also wir können jetzt hier die und die Schlussfolgerung schon ziehen, zu sagen, ja, du solltest kein Messer haben, wenn du Tabletten nimmst. Ja, also der Gutachter hat gesagt, der wittert überall Gefahr. Das hat die Freundin auch beschrieben, dass es sich verstärkt hat. Prognose wegen chronischer Erkrankung, habe ich schon gesagt, sehr, sehr schlecht. Ich würde tatsächlich lieber gerne bei der Conclusion von dem Richter bleiben. Das ist eine Tragödie, das sind Schläfer, das kann man nicht sehen. Ich glaube tatsächlich, das wäre für alle Beteiligten auch die beste. Um ihr in Frieden zu machen? Verzeichnung, um den Frieden zu machen unter diese ganze Geschichte. Versuche ich jetzt auch, indem ich dich frage, ob wir in den Zuschauerraum gehen dürfen? Jawohl. Zuschauerraum. Ja, und den Zuschauerraum, würde ich sagen, den machen wir heute nicht alleine. Weil wir haben sehr, 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 ich habe ja ein bisschen immer bei den E-Mails geschimpft, aber du hast mich davon überzeugt, die E-Mails sind auch schon geil. Weil da kommen sehr, sehr viele ausführliche Fragen. Und da waren zwei dabei, die fand ich mega interessant, über die habe ich, als du mir die geschickt hast, über die habe ich selber tagelang nachgedacht. Weil die sind sehr, sehr interessant. Und da haben wir gedacht, was könnte ein besserer Anlass sein, als das Comeback von unserem Richter Drescher zu feiern, auf den ich mich sehr, sehr, sehr freue. Premiere für ihn in Staffel Dry. Ich zeige den Rufer jetzt einfach mal an und dann erzähle ich uns allen zusammen die Fragen. Drescher. Gude, Basti Red und Heike Brufka hier, beziehungsweise Heike Brufka und Basti Red. Ich will nicht unhöflich sein. Hallo ihr zwei. Wir freuen uns sehr. Ja, ich habe sie sehr, sehr, sehr schwungvoll angekündigt, weil wir uns beide sehr, sehr freuen, dass wir mal wieder hier zusammenfinden. Ja, war ja nicht so ganz einfach, aber gut, ist so, bin ich mal so, ne? Genau, ich hoffe, Ihnen geht's gut? Ja. Sehr gut. Dann fangen wir auch gleich an, würde ich sagen. Wir haben fast schon zwei rechtsphilosophische Fragen in unserem Zuschauerraum. Da haben wir gedacht, wir holen sie direkt dazu, um die beiden Fragen zu dritt irgendwie aufzuarbeiten. Ich kann das jetzt hier nicht alles vorlesen. Ich fasse mal, wir fangen mal an. Das ist, liebe Grüße an die Maria, die hat sehr, sehr ausführlich uns auch gelobt und bla, bla, bla. Aber sie hat eine sehr, sehr interessante Frage gestellt, die ich jetzt mal in ihrem Namen zusammenfasse. Es geht ja auch immer darum, wenn ich als Täter einen Schaden anrichte, dann geht's ja immer darum, wie ist das für das Opfer? Also wie sehr leidet das Opfer darunter? Kann man hier von Szenarien sprechen, dass wenn ich als Täter zweimal dieselbe Tat begehe, dass ich unterschiedliche Strafen kriege, weil das eine Opfer vielleicht resilienter ist als das andere? Theoretisch schon. Theoretisch schon. Also das ist, die Strafzumissung ist ja immer so ein Gesamtkonstrukt, muss man sagen. Und der Paragraf 46 StGB, also Strafgesetzbuch, der sagt, was man da alles zu beachten hat. Und eines der Punkte, das man zu beachten hat, ist halt auch, wie das dann auf das Opfer entsprechend wirkt. Wo haben wir es denn hier? Die Art der Ausführung, die verschuldeten Auswirkungen der Tat, darunter wird das gesehen. Also da kann man natürlich immer schauen, es gibt Sachen, also ein großer Vermögensschaden ist natürlich schon ein Unterschied, ob das jemanden trifft, der das dann trotzdem verschmerzen kann, auch wenn es viel Geld ist, oder wo die gesamte Allesversorgung im Teufel ist. Oder bei einem Schlag, der eine, oder einem Banküberfall, ja, der eine Bankangestellte schlägt das relativ gut weg, der andere hat Albträume und muss seinen Job aufgeben. Und das wird im Rahmen der Strafzumessung als einer der Punkte dann entsprechend berücksichtigt. Also was ein Opfer härter trifft, muss grundsätzlich auch härter bestraft werden. Kann man da auch weiche Faktoren wie persönliche Sachen mit einfließen lassen, im Sinne von, ich vergleiche es jetzt mal mit unserem aktuellen Fall. Spielt das eine Rolle, wenn ich jemanden umbringe, ob sich für den niemanden interessiert und oder ob ein ganzes Dorf um den trauert? Also da denke ich mal, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Eher was den unmittelbaren Nahbereich angeht. Also wenn Sie eine Mutter von kleinen Kindern umbringen, ist es natürlich leicht klar, dass es schwieriger ist, als eben, wenn das jemand ist, der allein lebt und jetzt auch nicht ein hilfloses, altes Opfer ist. Da geht es dann wieder um. Wenn man alte Leute überfällt in ihrer Wohnung, die die 80 oder 90 sind, weil man sich da keine Gegenwehr erwartet. Die Leute müssen besonders geschützt werden. Ja, für mich war es befriedigend für dich. Heike, hast du noch irgendwelche Anmerkungen dazu? Nein. Weil dann würde ich nämlich zur nächsten Frage kommen. Das ist die Nicole aus Friesland. Da freut Heike sich immer, wenn es sehr, sehr weit in Deutschland verteilt ist. Halt Deutschland. Entschuldigung. Ja, Schweiz, Österreich. Die haben schon aus Hongkong Post bekommen. Dänemark, Hongkong. Liebe Grüße. Auf Sie gerne. Ja, so muss es ja sein. Und aus den Staaten. Ja. Ja. Liebe Grüße überall hin. Genau. Auf jeden Fall, nein. Also die Nicole aus Friesland hat in dem Fall auch wieder einen sehr, sehr langen, sehr, sehr netten Text geschrieben. Auch in ihrem Namen versuche ich die Frage rauszusaugen, um die so kurz wie möglich zu formulieren. Wann hat man eigentlich in der Rechtsgeschichte festgelegt, was wie bestraft wird? So zu sagen, okay, wenn du das und das machst, gibt es fünf Jahre. Wenn du das und das machst, gibt es zehn Jahre. Wenn du das und das machst, gibt es 15 Jahre. Das muss ja irgendwann mal angefangen haben zu sagen, okay, gehören wir zu. Ab heute wird jeder Ladendiebstahl mit XY bestraft. Grundsätzlich ist es so und dann doch wieder nicht. Also Rechtsgeschichte ist es natürlich. Also unser Strafgesetzbuch geht zurück auf ein erstes einheitliches Strafgesetzbuch im Deutschen Reich von 1871. Und seit 1871 sind an den Vorschriften ungefähr 200 Mal was geändert worden. Die ersten 50 Mal hatten wir bis zum Zweiten Weltkrieg gebraucht. Und seitdem ist so ungefähr alle 20 Jahre werden 20 Vorschriften geändert. Unterschiedlich stark. Es spielt natürlich immer auch eine Rolle, was da aktuell für gesellschaftliche Entwicklungen sind, die natürlich in den Parlamenten sich widerspiegeln. Also wir hatten im Dritten Reich natürlich irgendwelche Vorschriften, die Juden benachteiligt haben, die dann nach dem Krieg selbstverständlich dann wieder da gespielt wurden. Aber auch ansonsten ist es schon so, dass es einem ständigen Wandel unterliegt. Also ich erinnere nur an den Paragraf 175, den alten, Homosexualität war früher strafbar. Insgesamt, egal wie alt die Leute waren, dann war es nur noch mit Kindern oder Jugendlichen strafbar. Und heute ist es gar nicht mehr strafbar. Und entsprechend, das gilt auch für Strafrahmen, die sich im Laufe der Zeit immer mal wieder geändert haben. Zu Beginn meiner Dienstzeit gab es eine Vorschrift eines Rückfalldiebstahls. Das heißt also, wer zwei- oder dreimal schon wegen Diebstahls bestraft war und dann wieder was geklaut hat, hat eine Mindeststrafe von sechs Monaten zu erwarten gehabt. Ganz egal, ob das ein Packung Kaugummi war oder was wirklich dickes. Das hat man zum Beispiel gestrichen. Krass, das heißt, das passt sich an schon so ein bisschen an die Lebensqualität. Und auch Strafrahmen nach oben. Jetzt ist ja wieder im Gespräch im Moment, ob man bei Kindesmissbrauch die Höchststrafen möglicherweise oder auch die Mindeststrafen, da geht es auch um die Mindeststrafe, erhöhen sollte. Also das ist ein ständiger Wandel, der da stattfindet bei den einzelnen Vorschriften. Das sind Lobbygruppen, die das machen. Das ist das Parlament selbst. Und das sind halt, da sind eben bei der Polizei, das ist mal das Gericht auch, das sagt die Leute, das hat sich so nicht bewährt. Überlegt doch mal, ob er da nicht irgendwas ändert. Und so ein Gesetzgebungsverfahren, da werden ja ganz viele Leute auch beteiligt. Und dann versucht man eben da das herauszuschälen, was so allgemein sinnvoll erscheint. Und dann werden die Vorschriften entsprechend angepasst. Mit der Antwort kann ich perfekt leben. Ich hoffe, unsere Hörerin auch, Heik auch. Ich auch. Dann entlassen wir sie jetzt schon wieder in den Feierabend. Ich hoffe, wir hören uns die nächsten Woche mal wieder. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal irgendwann. Ja, schauen wir mal an. Vielen Dank. Alles klar, bitte, bitte. Schönen Tag noch. Tschüss. Gleichfalls. Ich habe mich auch beschäftigt, so dieses, was ich ihn auch gefragt habe, so, ob es eine Rolle spielt. Da kann ich ja theoretisch als Täter Glück in Einführungszeichen haben, dass ich den richtigen für mich erwische im Sinne von, hätte ich das mit dem anderen gemacht, wäre, hätte ich eine schlimmere Strafe gekriegt. Das ist schon krass, macht aber trotzdem so schwer, wie das vielleicht auszuhalten ist für den, derjenige, der dann auf der anderen Seite steht. Das ergibt Sinn, ja. Du riechst halt den Schaden an. Du machst es ja mit Geld auch, so hat er ja gesagt. Ja, aber es fühlt sich nicht sehr gerecht an. Es fühlt sich nicht sehr gerecht an, finde ich. Es fühlt sich nicht gerecht an, wenn du, wenn du einfach, weil du einfach Glück hast. Du hast eben manchmal Glück, dass nicht noch mehr passiert und es nicht noch schlimmere Folgen hat. Aber ich weiß es auch nicht besser zu lösen. Ich verstehe, dass es eine gute Lösung ist. Das ist halt genau das Ding, aus Mangels an alternativen Dingen, halt zu denken. Weil ich finde es auch krass. Ich will auch gar nicht das Thema aufmachen, weil ich hatte gestern den Gedanken, muss ich noch äußern, der ist sehr, sehr kalt. Aber ich habe ihn ja auch jetzt eben gestellt. Ob das wirklich ein... Also wenn ich jetzt jemanden... Wir hatten es doch bei einem Kannibalen. Den Typ hat anderthalb Jahre niemanden vermisst. So. Ob das der gleiche Schaden ist, wie wenn ich jetzt jemanden aus... eine integrative Figur aus einem Dorf umbringe und den in meiner Tiefkühltruhe zerstückele, hat Herr Drescher ja probiert aufzudrösen. Ich finde es aber sehr, sehr interessant, weil es natürlich auch respektlos gegen denjenigen ist, der keine Freunde hat. Der Arme. Ist ja trotzdem... Also das ist sehr, sehr, sehr komplex. Sorry, dass ich das hier am Ende nochmal aufgemacht habe und euch verwirrt habe da draußen. Ihr da draußen könnt aber auf jeden Fall auf unsere Homepage gehen. verurteilt-podcast.de Und wir sind in 14 Tagen wieder da. Ihr könnt uns... Das habe ich natürlich auch noch gesagt. Ich wollte erst ganz kurz über eure Homepage sprechen. Na gut. Ihr könnt auf jeden Fall auf verurteilt-podcast.de gehen. Da sind unsere aktualisierten Live-Termine, weil die sind ja Conorra-mäßig ausgefallen. Die werden jetzt bald stattfinden. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich hoffe, das findet das statt, weil wir wollen euch sehen. Kauft euch Karten, kommt hin. Wir werden diskutieren. Wir werden neue Fälle mitbringen. Wir werden viel, viele Sachen machen. verurteilt-podcast.de Ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Twitter, Hashtag minus... Hashtag minus Verurteilt. Nein, Hashtag verurteilt. Und die E-Mail-Adresse ist wie nochmal? Verurteilt-at-hr.de Da könnt ihr Heike dann schreiben. Und fast immer antwortig und manchmal dauert es. So, und jetzt mache ich das, was du eben machen wolltest. Ich glaube, das jetzt... In 14 Tagen sind wir natürlich wieder für euch da. Mit Staffel 3 und hoffen, das werden noch ganz, ganz viele Staffeln. Gehabt euch wohl, um mal ein bisschen altertümlich auszusteigen. Tschüss. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.